Heute bin ich mal selber gespannt, was bei diesem Video rauskommt. Denn zum Thema Mundstück gibt es eigentlich keine klare Struktur, zumindest nicht in der Pfeifenliteratur. Dabei wird dem Mundstück sicherlich viel zu wenig Beachtung geschenkt beim Pfeifenkauf. Da achten wir auf die Shapes, auf das Grain und so weiter. Aber auf das Mundstück meist erst an zweiter oder dritter Stelle. Dabei kommt uns ja beim Pfeifenrauchen nicht so nahe. Und nichts berühren wir so intim wie das Mundstück der Pfeife. Also ich versuche einfach mal loszulegen und zu gucken, was rauskommt heute. Zunächst kann ich einfach die äußere Form gucken. Da sehe ich hier, ich habe richtig große Mundstücke und es gibt auch ganz kleine. Es gibt so kleine Hüte und große. Oder ich kann unterscheiden, dass es gerade gibt und es gibt gewogene Mundstücke. Das ist alles noch keine große Erkenntnis. Das Material führt uns sicherlich weiter. Und es muss ja klar sein, Mundstücke sind nicht immer abtrennbar gewesen. Gucken wir uns hier diese alte holländische Tonpfeife an. Da ist die Pfeife und das Mundstück ein und dasselbe Teil. Hier ist das Mundstück nicht, als ob wir hier schon ganz schrecklich vergammelt, sondern mit einem schwarzen Lack überzogen, damit es etwas angenehmer im Mund ist, weil der pure Ton einfach lausig im Mund schmeckt. Oder bei den Holzpfeifen früher, die waren tatsächlich auch aus einem einzigen Stück. Und am Ende eben dann hatten wir das Mundstückmaterial auch als Holz. Und bei dieser Pfeife besteht der Fortschritt im Grunde darin, dass man das Mundstück abnehmen kann, aber es ist noch komplett aus Holz. Und ja, das ist als Material im Mund auch nicht so wahnsinnig angenehm. Man muss das so ein bisschen ölen, damit man es überhaupt vernünftig rauchen kann. Bei dieser alten Gesteckpfeife hier wird ein Material verwendet, das früher im Pfeifenbau durchaus größere Bedeutung hatte, nämlich Horn, konkret ein Rinderhorn. Horn hat aber den Nachteil, dass es nicht wirklich hygienisch ist und dass es auch altert und dann so spröde wird und schnell sprittern kann. Gute Meerschaumpfeifen haben bis heute echte Bernstein-Mundstücke. Also dieses Mundstück hier ist aus echten Bernsteinen. Das ist natürlich nicht ein einziger Stein, auf dem das gemacht werden könnte. Sowas gibt es wahrscheinlich gar nicht. Aber das ist ein Bernstein, der pulverisiert wird und dann mit einem Bindemittel aufbereitet wird und dann kann man ihn verarbeiten. Zu den modernen Materialien gehört natürlich Ebonit oder Naturkautschuk. Das ist ein Material, das bis heute im Pfeifenbau einfach sehr gerne verwendet wird, weil es sich gut bearbeiten lässt, weil es weich ist im Mund und angenehm zu halten im Mund. Es hat den Nachteil, dass es altert und dass es möglicherweise einen nicht so guten Geschmack annehmen kann. Aber man kann das dann reinigen und dann ist das eigentlich kein großes Drama mehr. Das Material hat, wie gesagt, viele Vorteile und diesen einen Nachteil. Verwandt mit dem Ebonit ist hier Kambalent. Ich glaube, das ist von Daniel mal eingeführt worden. Das hier ist jetzt eine reiner Pfeife und keine Daniel. Kambalent, da sieht man den äußeren Alterungsprozess des Mundstücks nicht so stark. Diese Grünverfärbung. Aber diese geschmackliche Geschichte muss man auch beim Kambalent beachten. Man muss das Mundstück sicherlich besser pflegen. Pflegeleicht und deshalb sehr beliebt sind Acryl-Mundstücke, so wie dieses hier. Man kann vom Äußeren die Acryl-Mundstücke und die Ebonit, hier ist jetzt Ebonit, da kommt Acryl. Oft gar nicht so gut unterscheiden, muss man möglicherweise sogar nachfragen. Im Mund ist das Acryl-Mundstück in der Regel etwas härter und manche empfinden das als unangenehm. Ja, wenn wir uns nochmal die äußere Gestaltung angucken, da gibt es sogar tatsächlich ein paar Bezeichnungen in der Pfeifenliteratur. Wir haben zunächst mal glatte Mundstücke, die einfach die Form des Holmes aufnehmen, sich nach hinten weiter verjüngen und dann in den Biss, auf den kommen wir gleich noch, auslaufen. Oder Pfeifen, die so einen Sattel haben. Da sehen wir, das Mundstück greift zunächst mal die Form der Pfeife auf, aber dann haben wir so einen Sattel, da verjüngte ich das Mundstück und geht dann eben so bis zum Biss. So einen Sattel gibt es auch mal einseitig, wie bei dieser Pfeife. Da haben wir den Sattel eben nur auf dem oberen Teil der Pfeife. Es gibt andere Mundstücke, die ich da unten. Sheraton in England haben auch eine kleine Besonderheit. Die haben ein Stufenmundstück. Zunächst sehen wir also den ganz normalen Sattel hier. Das Mundstück verjüngt sich. Aber dann haben wir nochmal so eine kleine Stufe, die dann zum Biss führt. Ich weiß nicht, ob das verhindern soll, dass sich die Raucher da das Mundstück zu tief in den Mund rammeln. Ob da dieses Stiefchen wirklich hilft, das weiß ich nicht. Und dann hier ein letztes, was ich zeigen will. Es gibt einfach alle möglichen freien Formen. Ich will mal sagen, das können wir subsumieren unter fancy Mundstücken, die eben oft ja auch an fancy Pfeifen stecken. Gut, das wäre so von der äußeren Gestalt. Ein Kriterium, ein anderes könnten Farben sein. Da muss ich mal ganz schnell ein bisschen abtauchen hier. Also wir sehen, wir haben natürlich bei Mundstücken manchmal solche farblichen Applikationen, die das so ein bisschen schmücken und schöner machen sollen. Oder hier ein rot-marmoriertes Mundstück. Beliebt auch hier mittlerweile die gelbe Farbe, hier in der Form fast wie so ein Tigerfell. Also gelb marmoriert habe ich auch noch in weiteren Varianten. Hier also ein kräftiges Gelb, bei dieser Pfeife passt gut zum Sommer, finde ich. Oder ein ganz leichtes Gelb, fast durchscheinend, ein bisschen wirkt es auch wie Bernstein oder wie Honig. Und man sieht eben auch durch dieses transparente Mundstück dann sogar den Rauchkanal. Also das wären alles äußere Gestaltungsdinge für das Mundstück, die natürlich für das Auftreten und das Aussehen der Pfeife auch eine wichtige Bedeutung haben. Also muss man schon darauf achten. Aber wichtiger als all das ist eigentlich die Frage, was stecke ich mir denn in den Hals. Und das heißt, wir kommen auf die Form des Bisses, auf das letzte Ende. Früher, wie hier bei dieser Traditionspfeife, früher, da hat man scheinbar auf den Biss nicht so einen großen Wert gelegt. Oder man hängte sich die Dinge einfach nicht in den Mund. Wir sehen hier, läuft der Biss in einem Teller aus. Viele Gesteckpfeifen haben bis heute eine solche Form. Da geht der Biss in eine Perle über. Auch die lässt sich nicht wirklich gut in den Mund hängen. Dazu ist das Mundstück am Biss zu rund. Eine Besonderheit haben Peterson-Pfeifen. Da sehen Sie von der Seite mal das Mundstück. Das hat so eine kleine Stufe. Das nennt man Lippenbiss-Mundstück, weil, oder das Besondere ist, dass der Rauchkanal nach oben austritt. Also nicht nach vorne und dann auf die Zunge, sondern nach oben in den Gaumen austritt. Soll den Geschmack verbessern und die Zunge etwas schonen. Es gibt auch so Nachahmerprodukte. Hier eine alte Oldenkott. Die sehen fast genauso aus wie ein Lippenbiss-Mundstück, sind aber keins. Denn die haben die Bohrung wieder schlicht und einfach nach vorne gelegt. Und bescheißen uns dadurch ein bisschen. Wir kommen nicht in den Genuss eines echten Lippenbiss-Mundstückes. Die nächsten beiden Bisse sind relativ ähnlich. Auf den ersten Blick zunächst mal hier. Da sehen wir ein normales Biss-Mundstück. Also das Mundstück nimmt die Form des Holmes auf und zieht sich dann nach vorne weiter in ein schönes, elegantes Mundstück. Auch von Biss nicht so breit. Oder das kann eben doch noch richtig breit ausgeführt werden, dieses Mundstück. Hier bei Nadangil, da kann man wirklich sehen, wo der Name herkommt. Das ist ein Fishtail-Mundstück. Es sollte übrigens auch Pfeifen gegeben haben oder heute noch geben mit einem speziellen Mundstück für Gewissträger. Das mag auch so sein. Aber ich habe keine einzige mit einem Dentalbiss. Von daher kann ich dir nicht vorzeigen. Das war das eine wichtige Ende der Pfeife. Aber das andere Ende der Pfeife ist auch wichtig. Nämlich das Ende, das wir in die Pfeife selber hineinschrecken. Und es ist deshalb wichtig, weil damit auch die Frage zusammenhängt, die gerade in Deutschland eine Rolle spielt. Nämlich die Frage, kann das Mundstück einen Filter aufnehmen oder kann es das nicht? Diese Master de Paya kann das. 9 mm. Hier habe ich ein Zuge-Mundstück. Zuge aus Japan. Und dieses Mundstück nimmt einen 6 mm auf. Finde ich übrigens eine geniale Lösung, weil es schlanke Pfeifen ermöglicht, die trotzdem einen Filter haben. Und wir haben hier ein Mundstück für eine Pfeife, die filterlos geraucht wird. Wir sehen übrigens hier, dieser lange Zapfen, das ist das Teil, was dann in die Pfeife eingeführt wird. Erzähle ich auch nichts Neues. Aber ich erzähle es, weil es bei diesem Mundstück, das auch für eine filterlose Pfeife ist, bei diesem Mundstück fehlt. Da ist kein so langer Zapfen, das ist ein Steckermundstück, der einfach so in eine Pfeife eingedreht wird. In diesem Fall ist es eine Peterson. Also eingesteckt wird und nicht eingedreht wird, wie bei den anderen Pfeifen. Ja, das ist das, was mir zu Mundstücken so eingefallen ist. Ich hoffe, das eine oder andere war interessant. Auf jeden Fall wichtig ist der Hinweis, achten Sie auf die Mundstücke. Wenn es irgend möglich ist, probieren Sie die beim Pfeifenkauf aus. Das Mundstück kommt Ihnen nahe wie sonst nichts an Ihrem Hobby. Bis dann.